Hallo Leute, mein Name ist Ralf und im heutigen Video werden wir uns mal um ein Problem kümmern, was mir in letzter Zeit recht häufig begegnet ist und ich das ganz gerne deswegen zu Video bringen möchte. Und zwar habe ich einige Anfragen auf dem Kanal, auch per E-Mail bekommen, dass sich Arduino Nanos nicht flashen ließen als MCU für Clipper. Und darum werden wir uns heute kümmern, dass das Ganze flashbar wird, weil das liegt meistens nämlich an einer recht einfachen Geschichte, die aber immer ein bisschen blöd ist, weil man es von außen nicht sehen kann. Ja, auf dem Bildschirm angekommen, kümmern wir uns dann gleich darum, wie das Ganze aussieht, was wir machen müssen und brauchen tun wir dazu halt im Endeffekt noch einen zweiten Arduino Nano oder Uno, damit wir mit dem Arduino ISP das Ganze dann auf den anderen brennen können und den Bootloader neu überspielen können. Denn wir brauchen im Prinzip aus Sicht der alten Anet-Nutzer mit den Anet-Boards den Opti-Boot-Bootloader. Bei dem Arduino Nano nennt er sich einfach nur Nano, also da wählen wir im Prinzip nur den Nano aus. Und dann würde ich sagen, steigen wir erstmal ein. Die Anleitung für die Verkabelung verlinke ich nachher unter dem Video. Dazu werde ich dann halt noch ein paar Links einfügen. Ich zeige euch das aber auch dann zum Schluss nochmal, wenn wir hier alles besprochen haben, weil ich möchte nicht, dass dort Fehler auftreten, weil es gibt dann relativ schnell ziemlich nervige Probleme und auch viele Fragen, die dann vielleicht schon gelöst werden können, wenn man das vernünftig erklärt. Also als erstes müsst ihr halt mal in die Standardsketche gehen, in die Beispiel-Sketche gehen von der Arduino IDE. Dort wählt ihr aus Arduino ISP. Das ist dann dieser Sketch hier. Und den tut ihr im Prinzip auf einen zweiten Nano, Uno oder sonst irgendwas in dieser Richtung hochladen. Also das heißt einfach kompilieren und hochladen. Dann ist der schon mal geflasht im Endeffekt. Und der dient uns als ISP, SPI-Brücke, wie auch immer man das halt ausdrücken möchte, zu dem anderen Nano, wo wir den Bootloader überspielen möchten. So, und dann müsst ihr, wenn ihr den Nano ja sowieso schon ausgewählt habt, wenn es beispielsweise Nano ist, dann müsst ihr halt auf jeden Fall darauf achten, dass bei Prozessor ausgewählt wird Atmega 328P und nicht 328P Old Bootloader. Der Old Bootloader ist nämlich genau der, der mit Clipper nicht funktioniert. Weil es geht nur mit dem neuen, also quasi dem Opti-Boot von Anet, hätte ich jetzt fast gesagt, oder von dieser Anet-Geschichte von damals. Das ist im Endeffekt der gleiche Bootloader. Aber dann wissen halt die Leute, die so einen Drucker hatten und da schon mal geflasht haben, auf jeden Fall schon mal, wo es drum geht. Ja, dann, was ihr auf jeden Fall noch braucht, ist ein Kondensator. Das steht aber in der Anleitung drin. Das möchte ich jetzt nicht hier vorgreifen und erwähnen. Und halt die Kabel, um die zwei Arduinos miteinander zu verbinden. Ich werde jetzt allerdings gleich hier zur Veranschaulichung einen AT-Tiny flashen, den ich für ein Tastaturprojekt brauche, weil ich habe im Moment keinen Nano da. Das heißt, ihr dürft auf keinen Fall diese Einstellungen übernehmen, die ich jetzt gleich für den AT-Tiny tätigen werde. Und damit dann quasi versuchen, den Arduino Nano zu flashen. Das funktioniert nicht. Ihr müsst halt diese Auswahl treffen, die ich vorhin erwähnt habe. So, dann würde ich sagen, ich mache mal einen kurzen Cut. Dann schließe ich das Ganze an. Und dann schauen wir mal, ob das ohne Probleme funktioniert. Denn ich habe ja den zweiten Nano auch schon mit der Arduino ISP geflasht. So, der Nano ist jetzt angeschlossen und hat auch schon wahrscheinlich einen COM-Port erzeugt, weil das ist ja ganz normal wie immer. Das heißt, ihr tut dann schauen und wählt den COM-Port aus. Das wäre in dem Fall jetzt Port 6. Bei mir. Und trefft halt eure Auswahl dann für den dementsprechenden Bootloader anhand des Prozessor-Protokolls für den 328P. Und schaut dann halt, dass das Ganze funktioniert. Ich wähle jetzt kurz den anderen aus. Also ab hier bitte nichts nachmachen, weil ich muss mir jetzt nämlich einen raussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal den Opti-Boot für den RT-Tiny. Und dann seid ihr im Prinzip, wenn ihr jetzt unten bei Programmer auswählt, Arduino ISP, seid ihr schon fertig. Und könnt danach direkt sagen, Bootloader brennen. Und wenn ich jetzt sage, Bootloader brennen, dann taucht bei mir hier ein Fehler auf. Okay, zu dem Fehler kann ich auch noch was sagen gerade. Das werde ich nicht rausschneiden. Es ist so, dass ich Kura auf hatte. Also ihr müsst auf jeden Fall schauen, dass alle Slicer aus sind, weil ansonsten die meisten Slicer blockieren nämlich alle Com-Ports für sich selber. Und schauen dann halt nach, ob ein Drucker angeschlossen wird. Und das war jetzt hier der Fehler, warum der Bootloader sich nicht brennen ließ. So, jetzt drücken wir da nochmal drauf. Auf Bootloader brennen einfach. Und dann bekommt ihr im Endeffekt auch eigentlich so gut wie keine Meldungen mehr, außer dass hier unten halt noch steht, der Bootloader wurde gebrannt. So, und in dem Moment, wo da unten steht, der Bootloader wurde gebrannt, ist im Prinzip auch die ganze Sache erledigt. Dann könnt ihr den Arduino Nano oder Uno, wie auch immer, was ihr halt verwendet, einfach rausnehmen und von den Kabelverbindungen trennen von dem anderen Nano, Uno. Und seid im Prinzip auch fertig, dass das Ganze mit Clipper flashbar ist. Das Problem tritt in letzter Zeit scheinbar recht häufig auf, weil wahrscheinlich wieder Chips mit dem alten Bootloader irgendwie auf den Markt geschwappt sind. Ich weiß es nicht ganz genau. Es kann auch sein, dass halt jetzt eher wieder im Ausland bestellt wird, direkt bei den Marktplätzen oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich ja jetzt, das Video ist ja schon sehr lange online und es ist bisher ja überhaupt nichts in der Form irgendwie aufgetreten, dass jetzt Leute so extrem viel nachgefragt haben. Weil außer den zwei bis drei Nachfragen, wo ich mich jetzt entsinnen kann auf dem Kanal, es kann noch ein paar mehr gewesen sein, ich weiß es nicht genau, kamen auch noch mindestens sechs E-Mails. Und das fand ich halt jetzt für diesen Abschnitt von den letzten zwei bis vier Wochen schon recht viel. Daher mache ich auch das Video. Ja, dann zeige ich euch noch ganz schnell die Anleitung. Die werde ich auch unten drunter verlinken, weil die weiß ich definitiv, dass sie funktioniert. Das ist die Anleitung von AZ Delivery dafür und im Endeffekt sieht es halt so aus, dass die hier alles wunderbar beschrieben haben und dass hier auch alles ganz normal so steht, wie ich es euch auch gezeigt habe. Auch die Reihenfolge ist ziemlich dieselbe und auch mit dem Arduino S ISP. Und vor allen Dingen ist hier auch die Verkabelung dabei. Und hier unten im letzten Abschnitt der Verkabelung ist auch zu sehen, dass man hier jetzt diesen Kondensator halt braucht. Der muss nämlich zwischen Reset und Ground, glaube ich. Ja, müsste Reset und Ground sein. Ich habe es nämlich jetzt hier schon ein bisschen länger verkabelt, weil ich öfters die Dinger mal umflasche. Und dann ist das Ganze halt ruckzuck erledigt. Ja, hier ist auch im Prinzip das Ganze auch nochmal beschrieben. Die zeigen halt hier jetzt auch den alten Bootloader als Bootloader brennen. Aber ihr müsst auf jeden Fall auf den normalen Admega 328P gehen. Das ist der neue Bootloader. Ja, dann würde ich sagen, in diesem Sinne habt eine schöne Woche und lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Video.